Starten. In game. Ah, jetzt. Okay, nice. Ich mach meine Ulti keinen Schaden, das ist natürlich mies. Oh, willst du die Level wissen? Gerne. Ersuho 30, Bronze 2, Miss Fortune 8, bestimmt Smurft, Riven 22, Asriel 21, Piora 25. Muss das sein, Miss 30 Unrank, Timo 25, ich bin jetzt Level 7, und da Riven 12. So, let's go, hätte ich mal gesagt, ne? Jetzt wird rasiert. Naja, ich kann... Muss ich dir halt öfters mal helfen kommen. Hä? Muss ich dir halt öfters mal helfen kommen. Ja, aber ich mach halt immer ne Ulti keinen Schaden. Ist natürlich das mies. Dass wir jetzt der Su haben, natürlich ein A-T-Viler. Natürlich echt. Warte, warte, Garius? Bot? Ja. Garius? 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 Bot? Welches Level war der gleich noch? Äh, Sein ist... Er sagt nicht, Sein ist, äh, Dings. Super. Ja, okay. Nicht irgendein Problem. Warte, komm, die helfen. Was ist noch los mit den Leuten heute? Und ich lach, wenn jeder siehren. Ich lach einfach, wenn die alle töten. Ich bin wütend. Ich bin wütend. Ich bin eine Mutter und hab meine Tage vermütet. Oh, die sind hier. Ja. Enten ist die Reven. Okay. 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 Natürlich in Vayne die. Was denn sonst? Ich meine, die könnten wie normale Leute auch immer spielen. Ja. Oh, Leute. Da hat man auch schon wieder gar keine Lust. Ja. Ja. Was? Wieso noch? Was? Ich dachte, ich hab ihn angeguckt. Oh, nice word. Boah. Boah, da wird einer auch schlecht, ey. Alter, wie die die zurückstre... Alter. Das Wort schon geht aber ganz schön auf die Fresse. Soll ich jetzt trotzdem her springen? Gut. Dann nochmal. Team ist ja eigentlich fertig. Okay. Danke. Der dreckigen Invader geht mir so auf den Sack. Ich hab bloß den Scheiß... äh... den Scheiß Wort gesehen, ne? Oder wie die den eins gesetzt haben. Ja, ich hab. Ich hab. Scheiß, jetzt ist zu spät. Ja, war's okay. Wir hätten einfach gehen müssen. Ja, wie sie... Ja. Wir haben nicht gewusst, wie viele die sind. Ich wusste aber nicht, dass alle da sind. Denkst du ich. Ja. Ich hab das gar nicht gedacht. Egal, kleiner Fehlstart sagen wir jetzt mal. Aber jetzt wird rasiert. Alles scannen. Ja. Warum fallen wir Rosen wieder aufzustehen? Nein. Kennst du den Spruch bei... Äh... Natürlich kenn ich den Spruch. Warum fallen wir Rosen wieder aufzustehen? Das ist gewesen. Ja, natürlich kenn ich den Spruch. Was sagen. Das geht mir jetzt schon auf den Sack, weißt du? Da ist der Scheiß, Yasuo. Yasuo OP. Aber auch nur mit dem OP im Guide. Ja, da krieg ich jetzt den Counter gesetzt. Ich bin lieber vegan. Konnte ja nicht mal wissen, dass du den pickst. Wollte den Counter picken. Ja, ich aber jetzt. Trotzdem ein Counter von mir. Krieg ich's hin? Krieg ich's hin? Jawoll. Sehr schön. Oh, du komm schon. So. Ah. Stimmt. Tunnel! Kann man zurückporten hier. Mach mal so. Sicher ich dich vor. Alter, das ist Saiyan, ne? Der rassiert aber auch schon ganz schön. Der klickt auch. Dafür klickt er auch auf dich. Der stirbt dafür jetzt glaub ich auch. Was? 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 Oh, kommt. Achso. I am on my way. Und los geht's. Darf ich nur haben, du so... Achso. Tunnel. Achso. Tunnel. Und... Erstmal drückt Pforten. Nicht... Achso. Und dann bin ich so... Ok. Ja, cool. Männer. Hey. Benni ist genauso, Mann. Na. Lass aber was mit dir vorgeben. Oh, bitteschön. Weg, 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 weg. So weg, 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 weg. Ich helfe das andere Flüchte währenddessen an. Easy. Kannst du mir helfen? So muss man wieder warten. Moment. So ist das Vieh hier. Verschnetzeln. Verbrenne doch elendig, du Scheißkröte. Dankeschön. So. Versuch ich jetzt mal zu kommen. Hier. Halten sie durch. Das Ziel der trotzdem kommt von mir, die Sau. Komm mal her jetzt, hä? Was? Vielleicht nicht. Der ist nicht los. Was? Nee, ich krieg den auch nicht. Pfff. Ja, natürlich! Hast du... Hat der jetzt... Ja. Hat der bei mir Ding eingesetzt? Was denn Ignite? Ja. Weiß ich nicht. Ja, dann hat der nicht. Du bist doch bei deinem Bett stehen oder nicht? Ja, das steht aber nicht da. Oh Mann, ey. Ich hasse Yasuo. Ich bin mega gegen Yasuo. Sehr mies. Ah. Schön. Nein, meine Ult war zwar trotzdem Schaden, aber... Die Makai weiß ich nicht. Die Makai weiß ich nicht. Die Makai weiß ich nicht. Ja. Die Makai weiß ich nicht. Die Fähigkeit stärkt, wie das geht aus. Wie das Miege. F**t mach ich? Wie brain afgab bin ich gerade? Was ist das? Was ist das? Triple farm. Alter, der Cyan! Was ist mit dem Jungen falsch? Der macht ja richtig einen auf Triad. Es gibt aber noch relativ viel Leben. Oh, ist der Enter. Nice! Wollte Spassen, ey. Der Cyan, der wird das Gamecarryen. Habe ich sogar das Gefühl. Ich hätte Kisser gewonnen. Sechs! Nein! Okay. Das ist doch keiner zuerst mal gestorben, der Typ, ey. Auch wenn der kurz davor ist. Aber man möchte wohl wiegemerkt anmerken. Der ist davor. Ich hatte alles mit Schaden. Ich hatte alles mit Schaden. Ich hatte vor. Ich hatte alles mit Schaden. Alles. Ja, der ist hundertprozentig mit meinen Scheiß-Smurf. Naja, zumindest könnte ich noch sein. Natürlich kann er mit seinem Sprung mal ja eh dort ziehen. Vielleicht hat er doch auch so wie die Mauer springen. Huch! So knapp. Oh! Jetzt seh ich mich aus. Obwohl ich echt zu viel weiß bin. Oh! Hat der gerade echt versucht da jetzt in den Jungle rein zu... Ah, ich bin immer noch in Level 6. Scheiße. Ein Tower-Skash-Milis. Warte, wer ist Gott gleich? Der Timo! Der Timo! Ey, der rasiert sich alle. Cool, kann man mit seiner Wind-Wall-Patter meine Q dodgen? Mit seinem Scheiß-Sprung kann er meine E dodgen. Und meine Ultra-Friedigkeit stärker macht ja. Den meisten Schaden, wenn die die besitzen. Und das besitzt er ja. Also... Power-Flut? Ja, wir kommen. Lalalalalalalala... Aber auch nicht. Komm! Ja, nein! Du flashst natürlich! Nein! Das lass' ich jetzt nicht auf mir sitzen! Komm! Rum! Ich hab' darauf jetzt echt keine Lust! Mann! Darauf hab' ich jetzt echt keine Lust gehabt. Du mal Wichser, ey! Der Saiyan, Alter! Dein Flash kannst du dir sonst wohin stecken, mein Freund! Dein Flash kannst du dir sonst wohin stecken, mein Freund! Ich liebe Jungle, dann krieg' ich mehr! Ich liebe Jungle, dann krieg' ich mehr! Blast! Ich hab' Blast! Ich hab' Blast! Duh! Die Schon du Mistvieh... Ich liebe dich, Rek'Sai, du bist so geilooo! Leil! Ich könnte aber... Steil! Ich kann einfach, ich klicke einfach von Damage, weil ich nicht arme, hallo, hallo Du mieses Fick-Gesicht! Ah, ich glaube so. Egal. War es mir wert, ganz ehrlich. Du hast sie immer irgendwie flashen oder sonst irgendwas müssen. Weil sie nicht die Eier dazu haben, zu sterben. Und dann sterben sie trotzdem. Ich hab nicht mal ein Sys bekommen. Oh, oh, Alter. Das Game ist schon nervenlustiger. Ja, aber feilen Elf-No. Der ist so geil, der Zip. Ich weiß nicht, warum ich den so hammer finde. Ich feile den irgendwie. Du kennst die Elf-No. Ist der schon wieder da? Yasuo ist da, ich hab Angst. Ja, ich komm mal von hinten. Warten wir einfach mal auf den so eine Rave. Weil dann fühlt er sich nämlich sicher. Und dann komm ich! Nein! Ist das. Ist das. Ist das. Ist das. Wacht. Hopp, rein! Wie? Bin ich schon tot? Nein! 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 Ach du bist schon tot? Wieso? Sollst du? Rein! Rein! Will wir all im Tod? Kann der Scheiß-Tauer mal aufhören auf die... Stop Feed, I Can Carry. ja der war doch so kurz vorn tot ja ach du scheiße da ist er doch da ist er doch so ist immer zu viel, zu viel, zu viel aber hörte es auch gut zu helfen, weil so ein Städtchen nur ja eben ich muss jetzt einfach junglen ich sei nicht von mir gewesen, aber es wird halt immer, weil ich halt hier ein bisschen die Kühle treibe ja er ist in der Raum ey wie sie alle flashen ich bin doch nur ein Dexter auf Level 7 ja ich bin ja froh ich komm nicht weg, ich kann nichts machen ich weiß nicht, dass der Sion mal zu Yasuo kommt ich hab doch schrieben lief halt er schreibt, wir sollen nicht schieben aber nur mit helfen, ne die Dose ist einfach viel zu schnell ja da unten ist er ja da kommt er Yasuo ja da kommt er Yasuo ich hab aber gebeten hab nicht sein Schiff genug gemacht da ist er da unten ist er da ist die Bedeutung okay ich bin Blue ich bin Blue, ja, wollte ich gerade fragen Ja, halt doch dein Maul! Weißt du, anstatt dass du mir selber helfen kommst? Moment. Ah, diese Scheiß missforschen! Ja, die sind zu dritt auf Bot, ja. Scheint ja irgendwie hinzukliegen oder? Wie sollte ich helfen wenn ich tot bin? Die lebte noch! Ja, die hat Ulti eingesetzt. Ja. 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 Kein Augenblick. Ja. 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 Ja mal. Ja. Ja, mach doch mal! Das. Kann. Nicht Waar seinkk. Ja was machst du jetzt? Jetzt flasht sie? Okay, nice. Du kommst nicht weg. Du! AHHHHH! Aber du kriegst wenigstens die Kills. Totten sind nicht gestorben. Sie sind wieder. Ich stehe 284. Komm 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 komm. Scheiß drauf. Heee, 12 Dancements. Doch, haben sie. Riven. Haben wir nicht. Riven, 4 Rosenblatt, Doppel. Ja. Ähm, Problem. Dreckig, richtig krieg ich. Das ist sie nicht? Was? Ja, wirklich nicht. Aber... Ey, immer so kurz da vorne, weil die Wichser immer so viel Damage machen. So, was machen die? Äh, ich muss weggehen. Muss Drake machen. Toll, jetzt krieg ich ihn nicht mal. Ja, doch krieg ich ihn. Jetzt ping mal für Help. Jetzt ping mal für Help. Du brauchst keine Kinker mehr. Oh, das Game ist so schön. Ist er da? Nein, ne? Ach. Das hat Drecks Yasuo, Mann. Ach, da ist er doch. Ja, Mann. Verpiss dich doch. Der macht zu viel Damage, das kannst du vergessen. Gegen den kommst du nicht an. Mindest nicht zu zweit. Ach, halt die Fresse, Sion! Oh, Teamplay. Weißt du, wir haben den gefeaterten Yasuo an, statt den mal Down zu machen. Die sind ständig zu dritt da unten oder sonstiges und... Ja, schau jetzt, schau dir den Tibor an. Schau das gleich nicht anders aus. Was macht der denn? Was macht der Darius? Was machen die anderen zwei? Porten sich weg. Ey. So krank. Einfach weiter junglen. Und was macht jetzt die Flash weg? Dankeschön. Ist mir egal. Ist mir egal. Ist mir egal. Ist mir egal. Wir gehen jetzt auf den Tag her. Hier in der Skelle kann ich mit dir. Hier in der SGO kann ich hier. Hier in der SGO kann ich dir. Da warnt er mich nicht. Der ist zwar kein Plan. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Ich glaub dir schon, aber ich kann's nur noch nicht glauben. Weg hier! Ist der Yasuo? Ne, das... ... ... Ich krieg das nicht hin. Ich krieg das. Nicht hin. Nichts wie weg hier, nichts wie weg hier. Mach doch ein bisschen schneller! Ja! Cool! Okay! Ganz cool! Ganz cool! Ganz cool! Wir können das noch gewinnen, weil das sein, der carried wenigstens einig. Und der Yasuo pusht dich alleine durch. Komm doch nur einmal her, weißt du? Nur einmal, du bist richtig tot! Ich schwör's dir, ey! Du mieser Motherfucker, ey! Alter, der Fall soll mich jetzt nicht zu mir angehen. Ich bin immer noch mit Frau. Wo ist der Saiyan? Oh! Der Saiyan, der macht doch wenigstens was! Der kann doch wenigstens was machen! Trotzdem sterb ich jedes Mal, ich kann auch nichts machen, kann mich helfen Lass ihr jetzt nicht runterziehen, wir haben die zwei mal gewonnen, ich schaue das einem von mir Verlieren wir halt jetzt, schau mal, jetzt ist ausgeglichen einigermaßen Trotzdem bin ich nubi Was ist ja immer das, was... Was ist nicht mal Masteries? Da kotzst du Schreibst du, wie lange ich kein Spiel mehr gewonnen hatte auf meinem normalen Abfall? Ich war das ziemlich lange im Klär, wenn dann war ich trotzdem ziemlich kreis Zeig mir, dass ich nicht scheiße bin Siehste, wir zerreißen die doch Das kriegen wir schon hin Das sind einfach Smurfs, Jasuo kannst du mir nicht erzählen, dass der jetzt zum ersten Mal spielt Nein, aber der... Ich wollte gar nicht sagen, dass er da war Ich wollte zu gucken, ob der Knoche sich verredet hat Ich wollte zu gucken, ob der Knoche sich verredet hat Das war, siehste Ist da, dass ich immer ein paar Kills bekomme Wir gucken, Jasuo, wa? Der ist Pronto zurück Dann weiter? Ja Ja Das hat Drake alleine gemacht, was wollt ihr denn? Was ist denn? Was ist denn, hallo? Wo seid ihr? Ja, Mann Ich kann ihn ja nicht halten, ich mach kein Damage Das wäre Selbstmordet gewesen Ich hatte mich auch... Aber was für Selbstmordet, der Darius ist auch da Ich hatte mich auch gar nicht im Himmel aufgefallen Ja, ich mach auch immer Ich hab ihm doch geholfen War doch da Ja, aber du konntest nichts machen, das ist das Problem Du hast halt... Wenig Zeugs mit dem Chode, weil dein... Den Q, der braucht halt ne Weile bis er da ist Das versteht der nicht Was ist das da? Ja, dein Q, ja Das ist meine W Das ist deine W? Das wäre die Q gewesen Ja Hast du Weile gar nicht schon mal gespielt? Ich hab Weile gar nicht schon mal gespielt, aber ich dachte das wäre die Q gewesen Ne, das ist meine W Bin ich tot Das ist auch gleich Alter, der Teemo hält aber ganz schön viele aus, du Ich hab keine Wüsten, Alter Du kannst dich doch da jetzt nicht unterkriegen Doch, lass mich jetzt halt Ich bin immer hart Ich bin immer hart Ich bin immer hart Ich bin immer hart Alter, ey, die halten so viel Alter, ey, die halten so viel Ich sehe nirgends vor den Saiyan, Mann, wo ist der? Ja, da wo der jetzt war Ach, da ist der Das klingt gar nicht, weil Darius irgendwie vor dem ist auf der Map Das klingt gar nicht, weil Darius irgendwie vor dem ist auf der Map Alter, geh doch nicht so rein Jetzt bist du tot Ich macht Mach deine W Hättest du viel früher machen müssen Ja, wenn ich nicht dran komme, ist ja wirklich ein Problem, ey Ja, wenn ich nicht dran komme, ist ja wirklich ein Problem Da hat mich bestimmt wieder gemachert Häääääääääääääääääääääääääääääääääääääää Jetzt mal hier her und dann mach ich einen kleinen Hinterhalt Oh sie ist da, geht doch Oh, was? Warte, machst du das? Okay, nice Naja, ich hab ein Spielstück lang auf den Ops und ich hab mal Fasse gedrückt Das ist doch wurscht, Basha Passiert, passiert mir auch das Ja, wie geht das? So, jetzt, jetzt, jetzt mach ich mein Damage, den ich vorhin habe Warte, das gefällt mir So, da kommen jetzt die nächsten Minions Die werden auch niedergekloppt Zack, zack Jetzt gibt's auf die Fritze Ein bisschen Borden sollten wir vielleicht mal Wir haben null Wischen Warte, komm Alter Sion Bist du das Wahnsinns? Was macht der? Der nennt da einfach rein Alter Sion Der gibt mir Herzinfarkt Das macht der Ach, das ist ein Gegner Ja Oh shit Ach, das war ein Gegner Scheiße Ach, das war ein Gegner Scheiße Oh Gott, wie blöd bin ich eigentlich, ey Ähm, sind wir? Ja, gerade eben schon Tut mir leid, das muss ich sagen Ja, hast du recht, hast du recht FF FF Zwei Minuten ist Straycup Oh, sie wird gerade an einer hinforken, ne? Und jetzt würde ich... Ja, abhauen Oh, oben portet sich gerade an einer hin Ah, die missforten Ja, die missforten würde ich gerade schon nach unten porten Aber dann habe ich die Toadung gemacht So, Home Guard So, jetzt bin ich wenigstens mal ein bisschen schneller unterwegs So, jetzt bin ich wenigstens mal ein bisschen schneller unterwegs Mega sich mal lustig echt Zack und flop, da bin ich Ja, lassen wir erstmal Red Buff runter Zack, 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 zack Jetzt siehst du, da kitzst du noch jemanden Oh I'm on my way Komm her, Bro Oh, scheiße Ich habe meine eh nicht, ich habe meine eh nicht Ja Jawoll Braucht wir nicht Wir sind awesome Okay, auf das Ding Und Weiter Ich gehe rein Wir gewinnen das, wer wollte denn hier aufgeben Warum So, hast du hier wieder zurück Hui Ui Ui Hör ich mir erst mal den in den Red Wirst du meinen Red verlängern Oh, schade Nicht da Drake Hey Wat geht Habe ich gerade echt meinen Hiel auszulegen gemacht? Habe ich gerade echt meinen Hiel auszulegen gemacht? Wat geht ab Drake Was willst du? Ich komme Ne, sie zieht sich zurück Wie geht Ach, die Drake Weiß nicht Hör ich Über mir, oh Gott Okay Nice Ach Eeeh Ulke W No Mind Drake Lalalalalalalalalalalalalalalalalalal Eeeh 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 Dann enden wir jetzt halt Ich meine Aufnahme geht doch schon wieder 32 Minuten Ja Wie lange geht das jetzt? 32 Minuten Ja, okay, wie lang geht das jetzt noch die Folge? Eeeh Folgen Genau Eeeh Ehh Eeeh Eeeh Komm herı, Bruder Bruder, yaa Joa Ich eigentlich nicht mehr für ein Hund, dass du tauslich an dem Sklappen hast Ja Komm, Ensactor Komm, Alter, ist der Sion riese naja ich habe gesagt wir sollten eher egal ich habe meine elf kill zu meine zwölf tode ich bin eher für barren weil dann können wir wenigstens noch ein bisschen mehr ich habe mich schnell die botlay noch ladada 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 schau mal an was ich hier mache ich würde eine farm weg ich finde schön dass reksai wenigstens keine mana braucht ja was jetzt sollte ich eventuell mal kommen so hey ist der rutsch wieder weg an hier ein kill zu stehle ah du killst Timo und ich gg lemon squeezy das war gott hot so auf zur analyse lol launcher so da sind wir auch a minus bin ich jetzt ok auf jeden fall hat er das ist zwar trotzdem spaß die aber hat gecarried also du kriegst auf jeden fall von mir aus auf liebes gezogen ich wurde gut erzogen hat ich habe auch ein teamgeist bekommen ok bis zur nächsten folge tschüss bis zum nächsten mal